So, dann können wir weitermachen. Willkommen zur nächsten Folge von Stranger Things 3. Wir sind hier beim Boss und ich werde keine Sandwiches machen. Es geht jetzt aber gerade um die neue Aufgabe von dem Bruce, von dem Reporter oder so. Naja, Washington Post natürlich, Reporter, klar. Jetzt muss ich gleich was machen. Es muss etwas richtiges sein. Was ist mit StarCard? Es ruiniert die Geschäfte. Warum hat der Bürgermeister zugestimmt? Ja, das ist der Einkaufsladen, äh, das Einkaufszentrum. Es ist ein Rätsel, doch ich habe noch eins für dich. Nancy Drew, wo ist unser Kaffee? Frag, was alle haben wollen und mach diesmal keine Fehler. Ah, wie übel. Kaffee für das Settungspersonal kochen. Kotz. Ja, so war das damals. Ich muss mehr Kaffee kochen. Mit was kann ich das Wasser nachfüllen? Ich sollte Leitungswasser nehmen. Ich nehme das Wasser aus dem Eimer. Ja. Was muss ich mit dem Filter machen? Den benutze ich nochmal. Ich nehme diesen Kaffeefilter. Ach so, ich darf keine Fehler machen. Das heißt, ich darf das Wasser eigentlich mal nicht benutzen. Egal. Gut, ich habe jetzt einen Kaffeefilter. Was muss ich mit dem Kaffeesatz machen? Ich benutze ihn einfach nochmal. Den frisch gemahlenen Kaffee. Kaffee ist fertig, jetzt einschenken. Jetzt haben wir das alte Wasser. Naja, alles wascht. Das haben sie nochmal bestellt. Die trinken schon, was ich ihnen vorsetze. Okay. Die Kaffeekanne ist voll. Okay, sie hat jetzt einfach das automatisch genommen. Ich muss das gar nicht holen. Dann gehe ich jetzt einfach hinter und gebe denen das dem geilen Kaffee mit dem Kaffeewasser. Mit dem mit dem ekligen Wasser zu trinken. Ich trinke meinen Kaffee mit Milch und Socker, Schätzchen. Ach so, die Fragen, äh, die können jetzt fragen. Ich trinke meinen Kaffee schwarz. Kannst du dir das merken? Wo bleibt der Kaffee? Ich kann da nicht hintergehen. Ich komme da nicht durch. Okay. Ah, jetzt er. Okay. So. Kaffee entkonfiniert. Kaffee entkonfiniert. Mit Milch. Aber das merkt man ja. Steht das irgendwo. Okay. Das ist aber fies. Ich sollte mir das aufschlagen. Okay. Dann haben wir jetzt einen. Ich fange mal von vorne an. Also der hier. Jetzt habe ich ein Problem. Das sagt er nicht mehr. Entkonfiniert. Und was hat er gesagt? Schwarz. Oder mit Milch hat er gesagt. Entkonfiniert mit Milch. So, der andere hat nur schwarz gesagt. Aber mit Koffein meine ich. Und der Chefe. Der Chefe hat alles. Der hat Koffein und Milch und Zucker. Und der andere Type. Halt. Ja, ja. Die Fresse. Der ist mir mal kaputt. Ich nehme das, was Tom nimmt. Wer ist denn Tom? Das ist der Mac. Bruce. Dann ist das. Der Tom ist der Chefe. Der Tom. Dann Tom. Also zweimal. Okay. Wahrscheinlich muss ich es jedem. Passend geben, oder? Scheiße. Tom und. Wie ist der andere? Tom und Sammy. So. Dann er hier. Das ist der Mac. Das wird ja mit Entkonfiniert. Ja. Mac. Und er hier ist der Bruce. So. Gut. Dann. Schauen wir mal. Gehe jetzt nach unten. Und dann kann ich jetzt wahrscheinlich einen Kaffee zubereiten. Ah. Okay. Ach. Das ist automatisch wahrscheinlich. Gehe mal. Brunette. Tommy. In it. Haber derwe. Grüß dich. Willkommen heute im Samstag Stream. Kennst du das Spiel? Kennst du Stranger Things? Oder überhaupt? Kennst du Stranger Things? Genau. Kennst du die Serie? Hier sind Ausrufe-Zeichen. Ich klicke das mal an. Jetzt ist Toms Kaffee dran. Erstmal so lassen. Ach so. Das wurde jetzt praktisch gespawnt, weil ich sie gefragt habe. Welchen Kaffee soll ich nehmen? Ah. Okay. Tom. Das war konfiniert mit Milch und Zucker. Normal. Oh. Hä? Zwei Stück oder ein Stück? Das war's jetzt nicht. Jetzt die Milch. Ein Schuss oder zwei Schuss? Keiner Holobus. Weißt du nicht? Okay. Das ist fertig. Ja, aber stimmt das jetzt auch? Keine Ahnung. Semmy. Semmy macht dasselbe. Normal. Ein Stück. Ein Schuss. Okay. Der Mac. Der Mac wollte entkonfiniert mit Milch. Kein Zucker. Ein Schuss Milch. Der Bruce. Der Bruce wollte koffiniert schwarz. Ja. Kein Zucker. Ja genau. So mit gar nichts. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber es stimmt bestimmt. Weil ich bin nicht gescheit aufgepasst. Gib Tom den Kaffee. Wer ist denn Tom? Er war Tom, oder? Hier sind ihre Kaffees. Endlich. Hm. Dieser Kaffee ist... ...nicht schlecht. Hier kauft ihr davon ein hübsches Kleid. Danke. Klingelt da ein Telefon. Okay. Das hat wohl gepasst. Was willst du? Ich habe zu tun. Die anderen passt da oder was? Aus dem Weg. Ich habe zu tun. Okay. Dann hat es wohl gestimmt. Irgendwo geht das Telefon. Da. Okay. Das klingelt sehr einergisch. Die Luna hat geschnieft. Hawkins Post. Hier spricht Nancy. Toms Frau hier. Erinnere ihn daran, heute früh nach Hause zu kommen. Heather bringt ihren neuen Freund zum Abendessen mit. Okay. Ich sage es Ihnen. Okay. Danke schön. Wer war es das? Du musst mehr lächeln, Nancy. Arschloch. Entschuldigung. Der Tag riecht dahin. Es passiert einfach nichts in dieser Stadt. Äh. Hä? Wollt es keiner von den beiden? Anscheinend nicht. Hier klingt auch ein Telefon. Hawkins Post. Hallo? Hey. Läuft der Kühlschrank? Schwachkopf. Was? Und noch eins. Alter. Hawkins Post. Doris hier. Von Dress Girls Farmer auf den Cornwalls. Ich habe ein Problem, von dem ihr wissen solltet. Die Ratten hier verhalten sich komisch. Ich mache mir Sorgen, dass es eine Plage ist. Danke. Das gebe ich sofort weiter. Es ist meine Chance, denen zu zeigen, was ich kann. Ich brauche nur einen Fotografen. Okay. Hole Jonathan nach der Dunkelkammer. Wo ist denn die Dunkelkammer gewesen? Die ist bei da unten. Dann auch nach unten. Ja. Da ist er. Jonathan. Ich brauche dich. Ich bin da ein etwas dran. Hat Tom das abgesegnet? Ich bitte später um Vergebung. Komm los. Ist mir egal. Ich hoffe, das geht nicht nach hinten los. Jonathan stößt dazu. Ja. Cool. Okay. Oh, was ist das? Alter Artikel. Okay, wir können jetzt hier rausgehen. Da. Gut. Da geht es weg. Dann gehen wir weg. Ja. Kapatt machen. So. Die Driscoll's Farm. Hier. Hallo. Entschuldigung, Mrs. Driscoll. Hawkins Post. Ihr zwei seid sehr jung für The Porter. Das hören wir oft. Kommt rein und schaut euch im Haus um. Deswegen rief ich an. Ratten fressen. Alles mögliche an Chemikalien. Dünge und Putzmittel. Alles. Düngemittel? Das ist verrückt. Okay. Auf geht's. Da ist sie schon wieder. Schaut euch im Haus um. Dann seht ihr, was ich meine. Die Ratten sind überall. Kann ich jetzt eigentlich wechseln? Ah ja. Cool. Die Matten hier sind total zerfetzt. Bestimmt nur Matten. Auch die Mattenkugeln sind angefressen. Wütende Matten. Okay, wir haben einen Hinweis. Oh. Ekelhaft. Sieh mal die Ratte. Ob sie in einer Krankheit starb? Bestimmt hat sie etwas Falsches gefressen. Sehen wir uns weiter um. Zweiter Hinweis. Ja. Ich mach alles kaputt hier. Ah, hier geht's raus. Das will ich nicht. Koffein. Okay. Ich sieh nur das Waschbecken. Die ganzen Putzmittel sind angenackt. Einige wurden richtig angefressen. Ratten nagen nun mal. Das ist nichts Ungewöhnliches. Du machst keinen Spaß. Drei von vier. Okay. Jetzt brauchen wir noch einen Hinweis. Fernseher. Nun kaputt. Hier ist Düngemittel. Guck mal. Dieses Putzmittel wurde definitiv von etwas Kleinem angefressen. Ich gebe es zu. Es ist seltsam. Wir müssen Mrs. Driscoll fragen. Ja. Sack Dünger. Nice. Hier darf ich nicht rein. So, Mrs. Driscoll. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Ja, etwas seltsames geht ihr vor sich. Dann wartet erst ab, bis ihr die Scheune seht. Die Tür ist aufgeschlossen. Die Scheune? Da befinden sich die wichtig kranken Haken. Viele. Okay. Okay. Wo ist denn der? Ah. Was ist das? Ah. Darf ich nicht rein? Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Oh. Äh. Zum Erlegen. Mist. Dieses Deespawned. Scheiße. Driscoll Stahl. Okay. Loot. Hier ist... Entzündliches Zeug. Okay. Wir hauen nochmal drauf. Kein Problem. Gesundheit. Okay. Das kennen wir bereits. Okay. Das sind irgendwann die Stelzen. Okay. Dann weitergehen. Oh, hier ist Blut. Ich schätze, das ist keine Tomatensauce. Nicht schon wieder. Was ist hier passiert? Hm. Ich wechsel mal eben. Hello. Okay. Gibt es sonst nichts mehr. Kann ich in die Bombe schmeißen? Ja. Das geht. Das mal funktioniert. Aha. S, D, A. Hier ist die. Die, A, A. Also gut gesichert. Für den Hammer. Ja, doch. Ja, das wirst du nicht machen. Okay. Dann wechseln wir. Irgendwas stimmt nicht. Ja, 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 genau. Was ist hier los? War das überhaupt eine Latte? Nicht gut. Wir müssen Mr. Striskol warnen. Jetzt machen wir erst mal das Ding platt. Was ist das für ein Schleim? Okay. Der Felix hat die Gamescom-Tüte wieder entdeckt. Und rascheln lässt gerade drin rum. Oh, jetzt kommen wir mal einen Haufen. Lecker. Lecker gemacht. Ganz schön laut. Ganz schön hektisch. Alter. Hä? Was hat mich angefallen? Okay. Eins geht noch. Oh, cool. Energie, Energie. Können wir gut brauchen. War jetzt eigentlich der andere Energie? Ja, super. Jeder, der den ich auswählte, hat eine Energie. Sehr schön. So. Dann wieder zurück. Hä? Wo bin ich denn jetzt rausgegangen? War das falsch? Unchained. Das war der Seitenausgang. Oh. Alter. Kannst du was los hier? Mach das mal platt, genau. Dann brauch ich nicht draufhauen. Reicht wohl nicht. Oh. 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 Jetzt bin ich gestunnt. Ja. Die machen ganz schön Schaden. Leck mich am Arsch. Okay, da oben sind keine mehr. Hallo, Mrs. Driscoll. Oh. Oh. Hier war ganz schön was los. Wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Folge. Ciao. Tschau. Bis zum nächsten Mal.